Das war ursprünglich meine Idee, das habe ich angestossen. Deshalb war es mir natürlich wichtig, dass ich auch dabei war mit der ganzen Familie. Ich erhoffe mir schon eine, also erstens für die Menschen, die hier dabei sind. Für sie habe ich das gemacht und auch für mich. Und natürlich erhoffe ich mir auch eine weitere Sensibilisierung für Klimathemen. Ich habe am Schluss unserer Ansprache Gott um seinen Segen gebeten, dass er uns mit Mut und Hoffnung stärken mag, weil wir alleine einfach nicht schaffen. Klimawandel ist zu groß, Klimaschutz ist zu groß, die Herausforderungen an jeden einzelnen Menschen sind zu groß, als dass wir das einfach so mal eben versuchen können. Wir brauchen dazu den Beistand von oben, dazu habe ich Gott.